Winchester 73 von Anthony Mann mit James Stewart und Shelley Winters. Shelley Winters war mir bekannt aus das Poseidon Adventure von den 70ern, der Katastrophenfilm. In Nebenrollen, in kleineren Nebenrollen, sind auch Rock Hudson und Tony Curtis zu sehen. Da waren sie noch nicht berühmt. Er hat einen Western-Noir von Anthony Mann von 1950. Anthony Mann habe ich ja schon mal reviewt mit Man of the West von 1958. Anthony Mann hat Vorarbeit für den Italo-Western geleistet. Winchester 73 war einer der ersten Tonfilme, wo ein Schauspieler prozentual am Gewinn beteiligt war. Das hat sich James Stewart ausgehandelt. Eigentlich sollte auch Fritz Lang Regie führen, aber wurde dann wahrscheinlich von James Stewart, ich bin mir nicht sicher, bei der Recherche war es nicht ganz klar, gefeuert und ersetzt durch Anthony Mann. Der Film kennzeichnet einen Image-Wandel für James Stewart. Es ist der einzige Film, für den er jemals einen DVD-Kommentar aufgenommen hat. Laserdisc und DVD-Kommentar. Es hat sein Image gewandelt zu einem rougheren, also dass er auch quasi jemanden glaubhaft aus dem Wilden Westen spielen kann. Vorher war er immer eher so der betrogene Ehemann oder einfach ein netter Dude wie bei Mr. Smith Goes to Washington oder It's a Beautiful Life. Es dreht sich alles um die Winchester 73, 1873. Die verschiedene Besitzer hat und ein Mann. Ein paar Monate später ist noch ein anderer Film rausgekommen, Colt 47 mit einer ähnlichen Handlung, wo sich alles um eine Waffe dreht, mit Randolph Scott. Der Film hat mir echt gut gefallen. Sehr guter Screenplay. Also die Story ist schon interessant, aber sehr gute Umsetzung für den Film, wie es erzählt wurde. Was nicht so schön ist, dass die Indianer sehr stereotyp dargestellt sind als brutale Wilde. Rock Hudson spielt einen der Indianer. Sehr schöner Schwarz-Weiß-Western. Das war's. Heute mal wieder ein kürzeres Review. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.